Bei mir sitzt Jacqueline Lörling. Gestern gab es für sie Silber auf dem Skeletonschlitten und die erste Frage ist natürlich, Jacqueline, wie hast du heute Nacht geschlafen? Ja, sehr gut. Also es lag vielleicht auch daran, dass ich erst um sieben Uhr ins Bett gegangen bin, aber... War es schon wieder hell, ne? Ja, es war hell, ja. Und ich habe drei Stunden geschlafen, aber die sehr gut und bin mit einem Grinsen eingeschlafen und auch wieder aufgewacht. Also alles perfekt. So soll es sein. Aber beantworte uns mal die Frage, wie waghalsig muss man denn eigentlich sein, damit man sich mit deutlich mehr als 100 Stundenkilometer den Eiskanal kopfüber runterstürzt? Ja, es geht. Also man sollte schon die Geschwindigkeit lieben, definitiv. Vielleicht auch gerne mal Achterbahn fahren und ja, einfach schon so ein paar verrückte Sachen gerne tun. Es gibt ganz tolle Geschichten, die dich jetzt hier mit diesem Ereignis verbinden. Vor sechs Jahren warst du bei den Olympischen Jugendspielen in Innsbruck dabei. Damals gab es Gold für dich und am gleichen Tag, siehe an, hat auch ein gewisser Andreas Wellinger im Skispringen Gold geholt. Und gestern habt ihr beide zusammen Silber geholt. War das eine Geschichte, die du auf dem Schirm hattest? Nee, also dass es wirklich am gleichen Tag war damals und allgemein nicht. Aber wir haben tatsächlich diese Woche beim Frühstück mal drüber geredet, dass wir zusammen bei der Jugend Olympiade waren und dass das gestern jetzt auch zusammen geklappt hat, war Wahnsinn. Also eigentlich dann total schön, hier auch gerade empfangen zu werden. Und wenn man das dann noch gemeinsam feiern kann, ist das doppelt so schön. Können wir gut nachvollziehen. Und dann gibt es noch eine kleine Geschichte, bei der ihr vielleicht der Konkurrenz so ein kleines Schnippchen geschlagen habt, wo sie vielleicht so ein bisschen erstaunt geguckt habt. Denn ihr wart mit neuen Schuhen am Start, die einen kleinen aerodynamischen Vorteil bringen sollen. Ich habe was von einem Stundenkilometer gehört. Kannst du uns das kurz erklären? Ja, wir haben die Schuhe, also unsere normalen Wettkampfschuhe, ja, versucht weiterzuentwickeln oder zu optimieren. An der Aerodynamik gefeilt, also einfach die Kanten komplett weggemacht und den Schuh runder und ja, ähnlich eigentlich fast wie ein Rodelschuh, nur halt noch mit Spikes drunter und dass man gut drin sprinten kann. Und ja, mehrere Tests haben eigentlich ergeben, dass es so im Schnitt ein KMH ausmacht, wenn alles passt, ja. Wenn alles passt, stelle ich mir als sehr langwierigen Prozess vor, denn du sagst ja richtigweise oder hast es schon angedeutet, man darf deswegen ja nicht langsamer anlaufen. Also der muss schon eigentlich genauso gut sitzen, der muss funktionell genauso gut sein und dann eben aerodynamisch noch einen Vorteil bringen. Wie lange hat es gedauert? Über ein Jahr. Also die Entwicklung hat ein bis zwei Jahre gedauert und ich bin den jetzt wirklich zum ersten Mal gefahren, weil es sollte ja vorher auch niemand sehen. Und ja, das ist natürlich eine Menge Arbeit, die dahinter steckt, also dass man halt wirklich den Schuh dann so nutzen kann, dass wir den auch laufen können. Genauso wie den Wettkampfschuh und trotzdem der aerodynamische Vorteil dabei rauskommt, war schon nicht leicht und deswegen sind wir sehr dankbar allen, die das möglich gemacht haben und ja, mitentwickelt haben. Top secret also alles. Was glaubst du Hand aufs Herz? Wie lange dauert es, bis die Konkurrenz dann nach- und aufrüstet? Ja, schwierig, kann es nicht richtig sagen. Also ich denke, dass jeder versucht, so an allen Rädchen und Schrauben zu drehen, gerade wenn es auf den Höhepunkt zugeht. Und ja, wenn man dann natürlich bei anderen sieht, was die machen und auch sieht, okay, das könnte vielleicht noch was bringen, dann holt man sich da bestimmt ein paar neue Ideen. Und ich denke schon, dass vielleicht der eine oder andere in naher Zukunft versucht, was Ähnliches zu entwickeln. Wir sind sehr gespannt, wie das dann ausgehen wird, hoffentlich auch weiterhin zu deinem Vorteil. Es gab noch eine ganz spannende Geschichte am gestrigen Abend, als wir hier im Deutschen Haus gefeiert haben, denn wir haben dich auf der Bühne ein bisschen überrascht, nämlich mit Jubelbilder aus Prachbach. Und zudem waren ja auch noch deine Eltern da, die dir die Champagnerflasche überreicht haben. Was waren das beides für dich für Situationen, für Gefühle? Unbeschreiblich schöner. Also es war sehr, sehr emotional alles. Meine Familie, die ist hier angereist und ich hatte vor dem Wettkampf keine Chance, die zu sehen durch Training und Vorbereitung. Und ja, dann war gestern nach dem Rennen zum ersten Mal so der Moment, wo wir uns dann auch mal berühren konnten und wirklich gesehen haben und miteinander sprechen konnten, ohne dass es übers Telefon war. Und ja, das war dann der Moment unbeschreiblich, unbezahlbar wunderschön. Und dann natürlich hier, als ich die Bilder gesehen habe von zu Hause, die waren ja auch Wahnsinn. Es ist ein Riesenrückhalt und einfach eine mega krasse Unterstützung. Die fiebern immer mit, egal wie es ausgeht, stehen hinter mir. Und ja, das gestern, also das hat mich schon sehr berührt und ich muss sagen, ich freue mich riesig darauf, nach Hause zu kommen und mit den Ganzen das dann, die Feier nochmal nachzuholen. Und ja. Ist schon was geplant? Weißt du was? Oder gibt es vielleicht sogar eine Überraschungsfeier oder sowas? Ich weiß es nicht. Es gab letztes Jahr schon eine sehr, sehr große Feier und Empfang für mich und ich glaube, dass meine Heimat sich das nicht nehmen lässt. Und ich freue mich drauf und ich hoffe oder ich wünsche mir, dass wir die Chance haben, zusammen zu feiern. Ja, also Brachbach, bitte, das muss doch zu toppen sein. Also Olympiasilber, viel geht ja nun wirklich nicht mehr. Ich sage ganz recht herzlichen Dank, sage nochmal ganz recht herzliche Glückwünsche und hoffe auf ähnlich gute Ergebnisse in der Zukunft. Vielen Dank, Jacqueline Lerling. Danke.